Musik So gut, ich hoffe, Mama kommt jetzt nicht wieder rein und fragt, ob ich Probleme habe, weil ich habe keine Probleme, die versteht das einfach nicht. Aber Hauptsache ihre Backshows da gucken. Oh Mann, oh Mann, naja, egal. So, Aufnahme. Hey Leute, ich bin's, ich bin's, Julian Vogel. So Julian, sag mal, was machst du denn da? Willst du dich wieder? Emma, also ich wollte jetzt eigentlich Minecraft spielen und dazu auch ein bisschen was erzählen. Also das hast du ja letztens bei den Ghostbusters, glaube ich, auch gemacht. Ach so, du spielst. Na gut, dann viel Spaß. Okay, gut, jetzt nochmal Konzentration, das Happy Face auf und... Hey Leute, ich bin's, ich bin's, Julian Vogel. Julian, weißt du, ob Mama diese Kekse mitgebracht hat vom Einkaufen? Und nochmal, stopp. Emma, Emma, ich weiß es nicht, ich habe noch nicht nachgeschaut. Vielleicht schaust du einfach gleich selber nochmal. Zimtstirne, meine ich. Oh, hätte ich mir ja denken können, dass du mir nicht weiterhelfen kannst. Wir heißen die nochmal Zimtstirne, genau. Oh, Julian. Gut, gut. Nochmal das Happy Face auf und los. Hey Leute, ich bin's, ich bin's, Julian Vogel. Julian, ich wollte dir auch noch unbedingt erzählen, was ich geträumt habe. Und zwar war das... Was war denn da nochmal? Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Oh, Emma, nicht schon wieder. Kann ich hier nicht mal in Ruhe spielen und ein bisschen was erzählen? Oh, Mann. Was war denn das nochmal? Ich war auf so einem großen Berg und da bin ich... Bin ich da nicht runtergekugelt? Emma, Emma, warte, warte, warte. Emma, warte, bevor du jetzt gehst. Willst du mir noch irgendwas erzählen? Also irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt oder so? Aber das weiß ich jetzt doch noch nicht. Also es könnte sein, dass ich nochmal etwas von dir will. Aber im Moment nicht. Also nein, ich denke nicht. Gut, okay. Und falls irgendwas sein sollte, dann warte bitte so 20 Minuten, okay? Also guck dir vielleicht ein Cartoon an oder so und dann kannst du vielleicht kommen, okay? 20 Minuten? Okay, gut, dann komm ich später nochmal dann. Endlich, endlich hab ich die... Endlich hab ich Ruhe. Okay, nochmal das Julian Happy Face und Aufnahme. Hey Leute, ich bin's, ich bin's Julian Vogel und wir spielen heute nochmal Minecraft. Julian, aber wenn du jetzt das Tablet hast, dann kann ich auch nicht den Cartoon da drauf gucken und du musst auch daran denken, dass du den Strom da reinsteckst, weil sonst geht das auch aus nach der Zeit. Boah, Emma, ist das dein Ernst? So, ich krieg hier noch zu viel, muss ich jetzt extra raus, aber... Oh nee, das geht gar nicht, da kann ich das nicht aufnehmen. Oh, Emma! Ich kann ja auch noch unten gehen und da auf dem Fernsehen Cartoons gucken und nicht bei YouTube. Na gut, dann bis dann! Hey Leute, hey, ich bin's, Julian Vogel, kennt ihr mich noch? Wir spielen heute Minecraft weiter und ich dachte, ich kann heute kein Minecraft mehr spielen, weil Emma, die wollte einfach nicht aus meinem Zimmer, die hat mich die ganze Zeit genervt heute. Und die wollte einfach nicht aus meinem Zimmer, ich weiß auch nicht wieso. So, naja, gut, okay, beim letzten Mal haben wir gegen so ein Enderman oder so gekämpft. Und wir haben echt viel, wir haben ganz viel Eisen gesammelt. Hier, ich weiß nicht, wie viel das ist. Das Eisenherz und da aus kann man Eisenbarren machen. So, und heute, da haben wir, wir haben einen Wüstentempel entdeckt. Und da möchten wir jetzt rein und gucken, was wir da so finden werden. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Kaktusse gibt's hier auch anscheinend. So, und wisst ihr eigentlich, wie man hier runterkommt? Also, jetzt hab ich schon gesagt, ach ne, wir müssen uns hier runterbauen, Leute. Da! Aber da dürfen wir nicht drauf, weil wenn wir auf diese Schalter kommen, dann, 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 dann platzt das hier alles. Dann explodiert das. Deswegen bauen wir uns jetzt hier den Weg runter, Leute. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. So, was haben wir denn hier? Schwarzbohr war das hier auf jeden Fall mit. Mh, Knochen brauchen wir eigentlich nicht. Ne, die Knochen nehme ich nicht mit. Also, verrottetes Fleisch können wir vielleicht später für das Dorf hier gebrauchen. Aber, mh, sollen wir das mitnehmen? Ich weiß nicht. Wenn du mal verrottetes Fleisch mit hast, ist ganz viel. So, Sand können wir hier lassen. Das können wir auch hier lassen. Das können wir hier lassen. Das können wir hier lassen. Das. Das auch. Das auch. Das brauchen wir gleich zum Hochbaum. Und das kommt auch weg. Okay. Ja. So, was haben wir hier? Oh, eine goldene Pferderüstung. Die nehmen wir. Und Eisenbarren. Und wieder ganz viel Schwarzpulver. Das nehmen wir mit. Faden? Ne, nehme ich nicht mit. Oh, wir haben hier Smaragde. Sehr schön. Das ist klasse. Und wieder ganz viel Schwarzpulver. Dann können wir uns vielleicht eine Waffe machen. So, die anderen Sachen brauche ich erstmal nicht. So. Hier haben wir eine eiserne Fettrüstung. Vielleicht können wir die irgendwo verkaufen oder so. Aber so viel brauchen wir nicht. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Ja. So, wir gehen dann mal wieder nach oben. So, wir waren jetzt in diesem Tempel hier. Okay. So, das kann wieder weg. Klasse. Also, wir haben hier in dem Tempel ganz, ganz viel gefunden. Leute. Guckt mal. Das ist ganz, ganz viel. Das finde ich richtig gut. Wir essen nochmal was. Und dann geht es jetzt weiter hier in der Wüste. Ich glaube, aber ich sollte mir eine neue Spitzhacke machen. Weil, so kommen wir ja nicht weiter. So, äh, können wir das hier irgendwie machen? Ja. So. Die bleibt dann weg. So. Die kann man sonst auch durch, äh, hier rein. Irgend hier raus. Also, es gibt hier verschiedene Eingänge in diese Tempel. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter hier in der Wüste. Vielleicht finden wir ja noch einen weiteren Tempel. Das wäre richtig gut. Dann können wir wieder Sachen sammeln. Und dann, wenn wir ein Dorf finden, können wir das eintauschen. Aber ich weiß es nicht. Hier geht es, geht es hier runter? Ja, aber ich glaube, hier ist nichts. Nö. Nichts. Gar nichts. Leute, Hanna liest mir das ja immer hier vor, ne? Also, ihr könnt gerne was schreiben, was wir vielleicht machen sollen. Was, äh, was anderes außer Überlebensmodus. Oh, ich glaube, hier ist die Wüste gleich schon wieder zu Ende. Da ist aber irgendwas. Da. Vielleicht ist da noch ein Tempel. Ich glaube, da sind immer so kleine Hasen und so hier. Hier hat irgendjemand was hingebaut. Vielleicht waren das hier... Oh, ich muss vorsichtig sein. Vielleicht waren das hier Dorf und so. Guck mal. Gehen wir hier auch runter? Ich weiß nicht, ob man hier runter hat hat. Können wir versuchen? Ist hier unten auch irgendwas? Ich glaube, aber eher nicht. Ich weiß nicht. Na, ich gehe jetzt mal wieder nach oben. Oh, es wird auch schon dunkel, Leute. Deswegen möchte ich mir hier jetzt mein Nachtlager aufbauen. So, das machen wir hier an der Wand irgendwo. Hier ist auch ganz, ganz viele Schafe. So, ich baue mir hier was rein. Immer auch fackeln und so. Das ist schön. Dann wird es nicht dunkel. So, da kommt mir hier eine Tür hinbar. So, die Fackel kommt mal wieder hier hin. So, wir machen das jetzt so. Ich packe jetzt hier ein Bett hin. So, dann hier den Ofen. Da ein bisschen Kohle und dann auch da ein bisschen Fleisch. Jetzt ein bisschen raus. Ja. Guck mal, ob ich irgendwo was finde. Vielleicht ein paar Zombies oder so. Nein, du nicht. Also, ich sehe auf jeden Fall da hinten schon mal Zombies und so. Mann, woher wisst ihr denn, dass hier Licht ist? Das ist ja doof. Das kommt vom Ofen, glaube ich. Oh, da lasse ich aber auch keine rein. Hallo, hier ist der Türsteher Julian und hier kommt keiner rein. Außer du hast Zuckerwatte. Aber ich glaube, bei Minecraft haben wir gar nicht. Stop. Nachdem wir geschlafen haben, gehen wir in diese Richtung. Ne, ich möchte doch nicht gegen Zombies kämpfen. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich, um ehrlich zu sein, Leute. So, wir gehen jetzt wie Heier. Bevor hier wieder jemand kommt, den wir nicht sehen wollen. So, fünf Stück. Das ist schon mal gut. Ich lege mich hin. So. So, guten Morgen. So, das nehmen wir wieder mit. Und das Fleisch auch. So. Tür wieder zu. Die Tür nehmen wir aber wieder mit. Mich schon. Obwohl, können wir... Nein, wir haben doch benötigt Holz. Das muss eigentlich klappen. Wir lassen die Tür mal hier. Wir brauchen wieder Wolle. Wie viel haben wir denn? Wo wir haben wir viel. Oh, da ist auch ein Hünchen. Oh, da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Der versteckt sich hier. Ne, ne, ne. Nicht mit mir. Sogar zwei. Nicht mit mir. So. Weg. Weg. Ja, keine Chance habt ihr. Also zumindest wenn es Tag ist. So. Was haben wir denn hier Schönes. Können wir hier rein? Ist hier was? Hier ist Lava, glaube ich. Ja, hier ist wieder Lava. Ne, da möchte ich nicht rein. Danke. Ich höre da auch schon komische Stimmen. Ne, ne. So, wir gehen hier jetzt, wo es ganz grün ist. In so einen Dschungel. Also diesmal sind wir eben vom, 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 von der Wüste in den Dschungel. Ja. Hier ist alles ganz, ganz toll grün. Was ist das denn? Was ist das? Was haben wir da? Kakaobohnen. Okay, vielleicht können wir die ja tauschen. Ist hier unten irgendwas? Hallo? So. Ziemlich steil runter. Nein, danke. Ah, wir sind hier. Hier gibt es Kakaobohnen. Ganz viele. Die nehmen wir mal mit. Wir sind überall Kakaobohnen. Oh Mann, oh Mann, die habe ich noch nie gefunden. Das ist ja klasse. Habt ihr schon mal Kakaobohnen gefunden? Also ich habe die noch nie gefunden. Wir sind hier in einem richtigen coolen Dschungel. So, Kühlchen haben wir hier auch. Nicht, aber nicht brauche ich nicht. So, dann gehen wir hier weiter. Mann, lass mich durch. Ja. So. Morgen. 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 So, ich glaube, wir müssen hier mal wieder raus. Oder haben wir genügend? Und das ist jetzt schon wieder... Ich muss was essen. Mal, 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 mal. Nochmal. Oh Mann. Also die Bäume sind hier ziemlich hoch, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist wieder die Wüste. Waren wir da nicht schon eben? Wir waren noch in der Wüste. Ja, vielleicht gehen wir hier außen rum am Dschungel. So, ich brauche... Dann brauche ich eine Axt. So, wir hatten hier noch eine. Na, egal. So. Äh... Diese Axt hier kann weg. Dann haben wir auch wieder Platz. Ich glaube, hier waren wir ja schon, ne? Das war die Wüste, in der wir waren. Aber die Wüste ist natürlich ganz, ganz groß. Sie kann überall aufhören. So, ich würde sagen, wir gehen in diese Richtung jetzt. Gucken, was wir da finden werden. Oh, wieder Häschen. Hallo! Mal gucken, was wir da finden werden. Ist hier irgendwas? Das ist ein Stadion. Ein Hühnchenstadion. Kann sein. Vielleicht spielen die Hühnchen Fußball. Hallo! Ist hier jemand? Hallo! Ich bin hier ganz friedlich. Guck mal, da ist eine Höhle. Können wir da vielleicht rein? Guck mal, ich dachte, ich fahre hier schon runter. So, ich würde sagen, die kommt ab. Oh, wir haben ein Eisen. Das finde ich klasse. Wir sollten uns vielleicht auch mal langsam eine Eisenrüstung machen. Ich glaube, wir haben jetzt langsam genügend. Ne, das brauche ich nicht. Weizenkörner brauche ich nicht. So. Ich muss jetzt hier ganz vorsichtig sein. Um die Ecken, die wir schauen. Ich glaube, hier kann ich jetzt kurz was abbauen. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Zombie oder so. Ich glaube, das nehme ich wieder mit. Also wir brauchen zwar nicht zu viel Fackeln, aber wir nehmen die jetzt hier mit. Okay, alles gleich, ich habe wieder was gefunden. Oh Mann, schon wieder in der Wüste? Direkt neben einem Wasserfall? Das ist aber komisch. Ist das etwa noch ein Tempel? Oh Mann, ich glaube, wir haben noch ein Tempel gefunden, Leute. Ja. Wir haben noch ein Tempel gefunden. Noch ein Tempel gefunden. Das ist klasse. So. Ich muss jetzt einmal rein. So, guten Morgen. So, wir packen jetzt hier was hin. So, und dann kommt hier. Nein. So. Hier kommt das rein und dann machen wir schöne Eisenbahnen. Ja. So, und dann müssen wir hier einmal runter, bitte. Nein. Oh Mann. Warum habe ich das nicht gesehen? Das war echt knapp, Leute. Das war richtig knapp. Ich dachte, ich falle auf dieses Ding. Es wäre richtig doof gewesen. So, zwei goldenen Apfel. Ein verzaubertes Buch. Oh, wir haben Gold gefunden. Das ist ja klasse. Wir können sogar eine Goldrüstung machen. Was? Wir haben Diamanten. Was? Und noch ein verzaubertes Buch. Oh Mann, ich muss aber einiges hier lassen jetzt. Ich glaube, das lasse ich hier. Das auch. Ich glaube, diesen Eisenbahnen, der kann bleiben. Die Pferderüstung kann bleiben. Ich habe jetzt eine Diamantenpferderüstung. Das ist ja klasse. So, dieser Feuerstein kann, glaube ich, auch hier bleiben. So, so viel Holz braucht. Doch, wir brauchen ein bisschen Holz. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Oh Mann, das ist ja richtig klasse. Das kann hier bleiben. Das auch. Oh Mann, ich finde das richtig gut, was wir schon alles gefunden haben. Oh Mann, ich habe Diamanten. Das ist ja richtig gut. Oh Mann, oh Mann. Kann ich eigentlich schon so einen derber Farbstoff? Ich möchte einen goldenen Helm. So. Den möchte ich haben. Und dann möchte ich eine Nein, keine Eisentür. Ich möchte einen äh, Eisenranisch. So. Okay. Damit können wir uns jetzt ausrüsten. Also, wir haben einen goldenen Helm. So. Und sowas. So sehen wir jetzt aus, Leute. Tatatatata! Das bin ich, Julian. Also, bei Minecraft. So, wir warten noch ein bisschen. Ich finde das richtig toll. Ich kann auch gerne einen Farbstoff mitnehmen. Ja, mach ich mal. Was können wir dann noch hier bauen? Ein Fichtenholzbrot, das bauen wir auch mal. Klattenspieler brauchen wir nicht. Soll ich Goldstiefel bauen? Ich brauche... Nein! 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 Wo kam denn dieser Creeper her? Das finde ich doof. Das finde ich richtig doof. Wo kam denn dieser Creeper her, Mensch? Och, Mann. Wo kam der denn her? Toll, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das war's. Ciao, wir müssen beim nächsten Mal weitermachen. Och, Mann. So, zumindest haben wir hier... Vielleicht finden wir das hier wieder hier in der Nähe. Vielleicht finden wir das hier. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Och, Mann, aber ganz viel. Naja, ich verstecke mich jetzt erstmal nochmal hier. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.